Herzlich willkommen zum ersten daily vlog von mir mit dem chef dabei wir sind gerade auf dem weg nach köln wo wir schön zu der fibo fahren werden aber es morgen auf köln ist nicht mehr rumgehen und dann ins fitnessstudio gehen da vielleicht ein paar video drehen paar 10 session wieder mal und dann geht sie dann köln wunderbar schon los noch mal nach köln wo dann schön nach schönen training noch mal was essen werden denke ich mal oder das denkt mir noch ein bisschen ja reis oder so genau naja aber wie gesagt gehört euch noch ein bisschen die fahrt ist das kurze ankündigung und bevor ich es vergesse ich verlose unter meinen ganzen abonnenten und die ganzen abonnenten ja ganz auf youtube von mir eine 15 noch einmal so gut schalten karte aktuell das wird auch immer mehr weil ich dachte mir im teilt ich gebe euch mal was wieder ihr schaut meine videos zahlreißig und gebe euch mal was wieder sprich was ihr nur dafür tun müsst um diesen netten kleinen bonus von der 15 noch amazon gutschein karte zu gewinnen müsst ihr teil des kanal abonnieren ein like da lassen und die glocke aktivieren schreibt mir jeden kommentaren hashtag glocke aktiviert und der die meisten kommentare schreibt gewinnt ist ja logisch der meisten schreibt gewinnt natürlich logisch also viel spaß mit der fahrt so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nice chance, bro! Untertitelung des ZDF, 2020